Osnabrück Osnabrück ist so Kleinmünster, es hat trotzdem eine Altstadt, es ist noch familiär, nicht so groß und die Menschen kenne ich einfach schon aus Erfahrung sind so ein bisschen offen und ja, ich komme aus dem Sauerland und das Sauerländer ist doch sehr in sich gekehrt und es ist schwieriger Kontakte zu knüpfen Weil hier kein Vorpraktikum erforderlich war, also das war auch so was, wo ich dann gesagt habe ich habe jetzt das Abi gemacht und wenn ich jetzt acht Monate Vorpraktikum brauche, dann kann ich eine Ausbildung machen und mich dann wieder bewerben und das war dann einfach nicht so mein Ziel. Ich habe gesagt, gut, mache ich hier und es ist nicht so weit weg von zu Hause Weil es einfach ein interessanter Studienstandort ist, wo ich mich entfalten kann und mich spezialisieren kann Es werden Spezialisierungen angeboten, die für mich sehr interessant sind und genau